so inventar schon wieder voll ich muss wieder runter gehen das heißt wenn irgendwann die nahrung knapp ist dann renne ich einmal runter zum feld und zack habe ich wieder genug zu essen für mindestens eine woche also ist schön ja da lebt sich gleich viel angenehmer ich meine um auf bett sie sind ja auch feld aber das hat immer nur minimal das ist quasi das was gerade so zum überleben reicht ja ich habe hier habe ich auch schon ein bisschen was angepflanzt ein bisschen weizen aber der braucht noch etwas bisher reif ist kartoffeln das sind ja rüben der karotten ja genau brauchen auch noch etwas so genau etwas weg so jetzt ist wieder alles voll die kisten bauen machen wir das gleich mal so ein bisschen vorher sagen ich pflanze sie mal oben drüber das soll hier gehen ja wunderbar so im geernteten weizen kann ich jetzt direkt die tiere sex haben lassen dann finden wir noch die sich wieder etwas und das schöne ist halt auch die felder sind jetzt auf diese art und weise auch ein geschlossenes system da kommt also von außen nichts dran da können keine intriere drauf rumlatschen keine keine monster spawnen das ist ganz angenehm ja dann kann dann ist doch schon ganz gut wie was mich aber irritiert ist wie hast du es fertig gebracht auf glas eine fackel drauf zu machen weil du kannst auf glas ganz normal fackeln aufstellen du kannst du kannst du nur nicht dranhängen an die außenseiten aber oben drauf stellen kannst du sie das ist ja cool sie musst du da muss machst du das mit schiff oder wie machst du das naja auf glas kannst du auch einfach oben drauf bauen ehrlich krass das ist keine magie jetzt habe ich das gedreide ausgepackt und war da noch gar nicht drinnen jetzt gehen sie alle an der türen lechzt lechzt das kommt hier rüber ja wir will lecker schmecken und wieder eine hacke kaputt rein ethisch gesehen ist doch die gefahr wegen inzest ja auch da aber der server lässt ja nicht so es werden trotzdem ganz normale babys geboren ich bin überzeugt davon dass da die dass das ja natürlich auch immer ein bisschen drauf ankommt auch unter menschen ist es ja nicht immer gleich ja wenn du kannst ja auch trotz inzesten gehst und das kind kriegen ja aber es ist trotzdem gesetzlich nicht so schön ist ja auch moralisch nicht so schön nee das das wäre dann schon irgendwie ein bisschen komisch wenn es dann heißt ja mein Onkel ist dein Papa oder so er ist es ist ohnehin ein bisschen merkwürdig um jetzt ist ja immer jeder ein Mensch aber trotz allem für ähm einen Bruder oder eine Schwester egal wie attraktiv nur auch sein mag ähm sowas empfindet man halt im Regelfall einfach gar nicht mhm so ein Reiz merkwürdigerweise ja weil man man könnte ja von ausgehen warum beziehungsweise man könnte ja die Frage stellen warum ist das so ja ja weil im Prinzip äh sind es ja ganz normale Männer und Frauen ist richtig das ist richtig das ist richtig ja die man weiß nie was die Natur für einen vorgesehen hat das erfährt man immer erst später aus der Ecke raus sonst können die doch gar nicht ein Baby machen so ist fein hat es sich bedrängt gefühlt hat es sich bedrängt gefühlt dann das Getreide rein oh nicht das Fleisch nein das Getreide so und auf die andere Seite die Samen giftige Kartoffeln was kann man eigentlich mit giftigen Kartoffeln machen? die äh wegwerfen du bist doch der Knollenexpert die kannst du glaube ich auch essen aber da kriegst du glaube ich einen Dot oder wie das war ist nicht so empfehlenswert das möchte ich nie so alles neu bepflanzt alles geparkt sehr schön ich werde das noch gleich mal Schluss machen ehrlich ist schon wieder soweit? du willst schon wieder mit mir Schluss machen? oh je geht die Beziehung schon wieder in die Brüche schade 18 Jahre oh je 18 Jahre haben wir zusammen verbracht das sind zwar fast zwei Dekaden da ist der Verlust umso schmerzhafter richtig mir tut schon das Herz weh ok und der Lümmel dann also machen wir noch ganz dezent das sagt man auch heute oft nicht mehr oder? Lümmel Lümmeltüte so ein typisch altes Synonym für Penis ja Lümmeltüte Lümmel das wird manchmal noch verwendet aber eher noch Lümmel keine ja ohne ist Rümmel schöner als mit oder? nur mit sicherer was hast du jetzt mal im Haus? ja ja naja die Inneneinrichtung lässt man ein bisschen zu wünschen übrig es gibt ja auch gar keine Inneneinrichtung das erinnert mich an euer Streitgespräch bezüglich des äh Abwasser Viaducts wegen dieser Geschichte das ist aber auch ein Roboter hässlich also mir hat's gefallen na tut mir leid also mir schmilzt da die Pupille die Pupille schmilzt das hört sich fast an das weißt du ein Cyborg wo dann hingeht und pullt sich das Ding raus und wirft sie irgendwie auf den Herd oder so ich wünschte ich könnte mir das Auge einfach so rausnehmen dann müsste ich dieses Elend hier nicht sehen also in der Uncut Version vom ersten Terminator Film von 84 da ging er ja hin und hat sich das defekte Auge rausgeschnitten und hat es dann einfach in den Guss geworfen mit Wasser drin danke das war schon ziemlich derbe so es wird ja gleich dunkel dann gebe ich mich mal runter zum Bett wenn ihr jetzt schon so langsam zum Ende kommen wollt ja ich glaube es sind zwei Stunden fast du weißt das ist die magische Möglichkeit nicht genau ansonsten droht uns die ewige Verdammnis hast du gerade gerufen Barney was? was hast du gerade gerufen? Avon Gold achso ja ja stimmt ja genau ich habe ein Hühnchen ehrlich ich habe ein Hühnchen ja hast du ein zweites da hättest du es mal bei mir reingeworfen wie hoch ist die Chance eigentlich dass du da eins bekommst 6% oder weniger ich habe keine Ahnung aber ich werde so lange seine Eier klauen bis ich zwei Hühnchen habe hui aber nicht dass dann irgendwann mal der eine Hodenmann kommt oder so ich liege ja ich auch ich nicht ich ruckelt gerade den Turm haha ich muss mich gerade mal strecken ja ich sitze leider auch etwas unbequem ich brauche mal einen neuen Stuhl hier der ist schon so richtig durch gesessen aber egal wunderbar ja also ich stehe auf dem Turm ich komme zu dir oh ne bleib wo du bist nein ich komme jetzt zu dir mach hier nur einen kleinen Blick auf meinen Acker wie weit ist die Sache schon gewachsen und hier drüben brennt was wahrscheinlich ein Zombie nicht nötig ich will mir doch dein Glasfoden ansehen oh je jetzt mal wieder Fallobst machen Zeit für Hiebe oder Popolhiebe ja komm doch her mein Süßer ja du bist ja leider so weit weg du kannst höchstens das Schwein oder die Kuh nehmen ja obwohl Schwein habe ich hier noch keins gesehen da kämen süße Tiere raus ja bestimmt ein 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 Manticore oder irgend sowas als Mischung schon ziemlich dergo hast du es überhaupt weitergebaut was ist das hier ja hattest du nicht vorhin gesagt du willst irgendwas von wegen oben Glasterrasse weitermachen ja ja aber dann habe ich das Haus bei dem gemacht auch Menno jetzt hast du ihn geärgert guck mal ich habe meinen Bogen mitgebracht ich sollte hier noch ein paar Fackeln hinsetzen jetzt wäre das sinnvoller mach dir keine Sorgen ich habe keine Pfeile reicht das mal hier weg aber ich habe Rindfleisch oh ich ja nicht mit Rindfleisch guck doch mal hm guck doch mal da runter ist das jetzt einfach Herz allerliebsten ja beziehungsweise gucken wir eben am besten mal hier runter da ist barrierefreie so jetzt habe ich hier immer noch ein paar Fackeln gemacht jetzt wollen wir hoffen dass es etwas schneller wächst diese Sachen und ich finde das passt zur Betsy ja das ist genau so ein abgedrehter Stil das erinnert mich an was ich hatte mal früher ich hatte mal früher ein Gewehr das habe ich auch Betsy genannt in Neokron bis sie mich niedergeschossen haben dann haben sie es mir weggenommen ich würde sagen in dem Spiel oder in echt ne ne nur Neokron oh wieder ein Ei ja Eie schön wenn ich jetzt noch Kürbis finde kann ich Kuchen backen ich will allein schon holzfarben unterschiedlich bauen nehmen wir das ganz normale Dingsholz und wenn du das helle Birkenholz überwiegend hast ja das hat einen anderen Farbton ne und guck dir mal an jetzt ist ja Betsy quasi wie ein Boot es kommt jetzt die Flut es schippert davon und das Silo das sieht jetzt irgendwie Raketenpott mäßig aus da wird sein vier Plattformen das könnte ja irgendwie UFO mäßige Antriebe sein das hebt dann einfach ab und fliegt mit mir hinfort ja ja zum Mond ist zum Mond und noch viel weit richtig so hm gerade mal schauen ob ich es wohl schaffe da unten in so einen Wasserritz von deinem Feld zu springen im Detail schafft das vielleicht aber in das Feld nein nein ich will in so eine Wasserritze springen Wasserritze wie breit ist die ein Feld ja oh weh ja das krieg ich hin oder komm das ist zu ungenau ist doch viel zu schmal du musst ja die Geschwindigkeit berechnen nein nein ich krieg das hin ich krieg das hin ok ich werde mit dir um einen Erdblock ist das ja oder ist das hier Moment geh weg ich glaub das hier drüben ja geh weg oh weh ich ahne schrecklich ist ich werde gleich den Trauermasch blasen ja überlebt ehrlich wow ich bin ins absolut letzte Feld reingesprungen ja du wärst beinah drüber ja man krach los komm du als nächster was neu na komm los mach schon war nicht war nicht war nicht war nicht hihihi hihihi also ich häng an meinem Leben ich würde es nicht tun siehste er tut sein Zeug weg vorher ja ich hab Level 29 Freunde ja ich hab auch viel Level ich hab nur Level 5 derzeit damit könnte ich mir was ganz geiles verzaubern ja und ich riskiere es man ja ich hab Level 21 das ist übrigens auch nicht schlecht ja das ist auch nicht schlecht so du schaffst es war nie war nie war nie war nie war nie du 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 ach schön jetzt hab ich Level 31 das war mir schon gleich ist klar weil du seine Bubbles eingesaugt hast ja aller Liche aber er ist ein Feld nebendran rein gefallen ja jetzt hab ich überlebt jetzt hast du es geschafft ja komisch du schaffst es immer nur beim 2en Vertrieb ich bin froh dass ich nicht dort bin sonst hätte ich auch noch einen drauf klar du hast das recht dich zu verteidigen ich muss gestehen gestern habe ich auch wieder mal böse agieren müssen weil ein argnet in synchron stand und bin ich natürlich auch erst mal hingegangen habe den umgehauen der stand direkt vor der rampe vom ding vom joster hätte ich keinen kein loop kaufen können ich flüchte so alle bäume sind gewachsen hoffe ich tatsächlich die sind alle gewachsen und wie schön bis auf den einen es ist richtig ultra groß schön so ja wie sieht es aus ich bin bereit ich bin bereit für die beförderung ja ich bin hier unten im flachland jetzt und ich bin versteckt hat versteckt ist mein leben aber ich werde mir auf keinen fall meine 31 level wegnehmen lassen du hast nur 29 nein ich habe 31 ich kann doch lesen ja zwar zu unrecht ja zwei darfst du dir wieder nehmen aber wie gibst du mir den rest wieder 11 21 war mir ja ich habe ja nur zwei davon aufgehoben ich muss unbedingt mein verzauberungstisch machen dass ich mir schnell was verzaubern kann bevor du mich umlegt dann spreng ich den turm werde die die alles in mühsamer kleinstarbeit wo du monate dann dafür gebraucht hast du dann zerstört binnen sekunden ich glaube ich glaube da wird dann am schluss doch vielleicht noch ein raketen server von dir aus dem hier gemacht und dann hat es dann hier raketen sondergleichen einen atomraketen brandraketen wie in bomben bio waffen alles zwischen jenseits von gut und böse ich nehme ich glaube ich bin der anständig sieht man auch von euch bein obwohl ich es trotzdem ein bisschen auf dem kerbholz ab du bist auf jeden fall der endlichste frau ich sehe dich das wird man auch in einer meiner nächsten folgen sind die ich noch hochladen werde dass ich auch wirklich ein feiersack bin da wird man es dann sehen da flitze ich dann wo flitze ich natürlich genau outzone sektor 4 ich sag's ja meine geschätzten konsumenten hier wird geschnetzelt und geschlachtet das darf nicht wahr sein ein vegetarier und ein fleisch esser sie knallen sich gegenseitig hier übernaufen also was brutal ist gibt es nicht und wie die und wie das blutspritzen musste hat also ich kann es nur erahnen du hast meine diamanttacke nein doch meine diamantachs mit her oh weh oh weh oh weh ich hab meine diamantachs her ich hab die diamantachs ich hab sie nicht im inventar ich hab keine diamantachs da liegt sie doch ich sehe sie ja von hier rechts von dir noch mal rechts da liegt sorry ich muss jetzt lachen du bist dabei gelaufen Mensch was? hoch, rechts ach so oh was na toll also hast du ja super hinbekommen jetzt haben wir beide keine Level mehr ja, super hast du gerade meinen Baum hoch? ja wieso jetzt? jetzt kommt noch einmal der letzte Akt ja, Rache war Blutwurst genau Rache ist Blutwurst ich hab, äh, was hab ich jetzt bekommen? Moment ich hab jetzt zwei Level oh je wir dezimieren weißt du ich hatte 21 du hast 29 ja, jetzt hab ich keine mehr und du hast noch zwei es wird schon wieder dunkel kommst du hoch? ich komme hoch total beglückt ja, wenn wir das nicht, wenn wir nicht hier, oder? äh du bist aber schnell umgefallen hab ich hier nur zwei oder dreimal getroffen? ey, ja, gut Moment junge Frau gehen sie mal bitte von meiner Kiste du was? ich wollte noch gucken ob da was drin ist jetzt gibt's gleich wieder eine Verlustmeldung zu beklagen oh weh ich glaube ich darf hier bald mal so ein Hot-Ticker einbauen da jedes Mal wenn einer von euch stirbt wird das dann unten eingeblendet dann so per Laufschrift irgendwie dann müssen wir über die ganze Folgen müssen da so ein Counter mitlaufen da wo oben immer ja genau, Body-Count oh weh, das wär dann böse ey da steht dann immer Pro-Kill bing immer eins mehr wird dann mit Punktezähler gemacht und ich werde dann wahrscheinlich die niedrigsten haben hab dann immer gewonnen also, wie sieht's aus? es wird dunkel jetzt wird es unschön meine Frau nein der glaubt mir hier mein Kloster und weg ehrlich? es schreit doch förmlich nach Rache du wägt die Füße hoch ich muss weg, tut mir leid ja von mir auf der Weg, aber geh weit weg nicht in Richtung warum denn? ich will doch nur das Ei holen oh weh ha, Hilfe! Hilfe! so, wir sollten noch schlafen halt noch nicht, noch nicht, Moment, Moment Hilfe! oh, oh, oh schnell, jetzt! ich liege ei 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 ich liege schnell, ich sterbe ich liege auch du kannst ja auch so ein sterben oder liegen oder beides ja, wenn jetzt hier bei oh Gott, wenn jetzt hier ein Creeper gekommen wäre oh Gott, da steht da auch einer guck, wenn der hergekommen wäre der hat mir mir gehäckseltes gemacht so, Leute ich sehe schon meine Autos, die hier vom Klammer abschmiert okay, okay wir gehen ja schon der ist hin und ich werde nicht über zwei Stunden von Hand synchronisieren alles klar in diesem Sinne fange ich jetzt einfach mal an und sage, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit wir sehen uns natürlich morgen wieder was für uns natürlich nicht morgen ist, aber egal für euch jetzt auch ja, nächste Aufnahme möchte vielleicht noch jemand den Zuschauern ein schönes Tschüssi sagen Tschüssi Zuschauer also, du vielleicht auch tschuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuus adioooooooos tschau Gott